Jo, meine lieben Freunde, wir befinden uns derzeit in den krassesten Sommermonaten, die wir jemals in unserem Leben erleben werden, meine lieben Freunde. Höchste Temperaturen von bis zu 40 Grad, meine lieben Freunde. Ja, passt dazu, gibt es natürlich richtig geile Hip-Hop-Festivals oder auch ganz normale Festivals. Ganz deutschlandweit kann man sich da einen Platz für organisieren, meine lieben Freunde. Wir haben ein Festival komplett auseinandergenommen. Es war einfach zu krank, zu krank. Hallo, Leute. Je ne will, die Tiere kommen wieder in diehmen, um sie zu trinken. Leute, ich bin Lieben. Das heißt, Leute, ich bin so Lass uns, du bist derart. So, es ist eine große Sache, die ich hierher überbrüht ist. Ich kann mal sagen, es ist meine Meinung, ich habe mal gesagt, es ist meine Meinung, ich habe mal gesagt. Ich habe mal gesagt, ich habe ich mich zu trinken und ich habe mich zu trinken. Ich habe dann gesagt, ich habe mich zu trinken. Ich habe mich zu trinken und ich habe mich zu trinken. Ich geh' ab, Freunde! Verrückt, lass direkt weitermachen! Lass direkt weitermachen, ich hab' gar nicht gedacht, noch hier zu stehen! Ich will durchdrehen heute! Ich will Hände gleich sehen! Hände, Hände! Ja, ja! Ja, ja! Ja, ja! Ja, ja! Alle Hände in die Luft! 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 Ja, Mann! Ja, Mann! Ja, Mann! Ich sag' Ost! Ihr sagt Deutschland! Ost! Deutschland! Ost! Deutschland! Ich sag' Ost! Ihr sagt Deutschland! Ost! Deutschland! Meine Initialen im Schuh graviert, ein Kilo Königskette vom Juwelier... Der Rapper war bei einigen Konzerten nicht anwesend, weil er krank geworden ist, meine lieben Freunde. Dazu hab' ich ein Video gedreht, könnt ihr euch gerne reinziehen, meine lieben Freunde. Und zwar hat man auf Instagram gesehen, dass Eno und Mero eine riesige Club-Tour starten wollen in der Türkei. Starten wird es ab dem 6.8., so wie es auf dem Flyer steht, in der ersten Stadt in dem Club in Alanya, meine lieben Freunde. Alanya ist wirklich einer der schönsten Städte, die ich jemals in meinem Leben sehen durfte, meine lieben Freunde. Das könnt ihr euch wirklich mal einmal gönnen, nach Alanya zu fliegen und da mal Urlaub zu machen. Auch die Städte da drumherum. Für denjenigen, der vielleicht eventuell in diesem Zeitraum vielleicht in der Türkei sich befindet, wird das wahrscheinlich eine lukrative Entscheidung, da mal Party zu machen. Ja, da kann man sich den Mero reinziehen und man kann den Baller löst ballern und auch mal Hobby-Hobby machen oder mal vielleicht meinen Kopf machen. Und wie die ganzen anderen Songs, gib ihm und buch vor. Das könnt ihr euch alles dort reinpfeifen, meine lieben Freunde. Ist natürlich eine coole Atmosphäre in der Türkei mal feiern zu gehen. Also, ich habe es auch mal vor vielen Jahren mal gemacht. Es ist wirklich richtig klasse. Da sind die Diskotheken nicht wie in Deutschland alles geschlossen, sondern oben ist das Dachhimmel, sag ich mal. Und dann öffnet sich das oben und dann kann man da richtig schön die Luft genießen. Und wenn die Sonne noch scheint und es ist nachmittags, dann kann man auch wirklich ein bisschen braun werden. Das ist wirklich ein ganz anderes Feeling in der Türkei. Wer das erlebt hat, der wird es wahrscheinlich kennen. Es ist wirklich cool, da mal feiern zu gehen. Ich kann es jedem nur empfehlen, meine lieben Freunde. Wer Bock hat auf dieses Mero Eno Konzert, kann es sich geben. Einige Termine sind auf jeden Fall geplant. Ob die auch so stattfinden, ist natürlich erstmal fraglich. Aber der Flyer steht, meine lieben Freunde. Jo, meine lieben Freunde, das war es mit diesem Video. Wenn ihr Bock habt auf mehr, könnt ihr mir gerne ein Abo dalassen. Zieht euch die anderen Videos rein. Und ich würde sagen, Peace and out. Abonnier meinen Kanal, lass ein Like da und bis demnächst.